Man muss immer zusammenhalten, auch wenn es schlecht ist, ja. Aber wie gesagt, sie ist die Mutter deiner Kinder, Bruder. Du hast sie geheiratet, sie hat dich geheiratet, okay? Sie ist die Frau, die du haben wolltest und du bist der Mann. Du bist der Mann, den sie haben wollte, mit dem sie Kinder haben wollte. Bruder, ich wollte sie damals auch. Bruder, dass das alles so gekommen ist, wie es gekommen ist, die kam. Bruder, hör mal zu.